Guten Tag meine Herrschaften und herzlich willkommen zu Sommerhaus später von Judith Herrmann, das die Autorin in einem gleichnamigen Sammelband von Erzählungen 1998 veröffentlichte. Es geht um eine skurrile kleine Episode aus dem Leben einer losen Gruppe von Freunden in Berlin der späten 1990er Jahre. Mit dabei sind erstmal nur Stein, ein sehr gut aussehender, wohnungsloser, aber taxifahrender Mensch, der mit drei Plastiktüten von einem Bett zum anderen in dieser Clique weiterzieht, aber vielleicht ja auch mal sisshaft werden möchte. Dann gibt es die namenlose Ich-Erzählerin der Geschichte, über die wir weiter nichts wissen, außer dass sie Zeitung liest und intellektuell künstlerische Freunde hat. Ja, okay, sie hat schon eine große Ähnlichkeit mit der Autorin Judith Herrmann, aber merke, Erzählerinnen sind niemals dasselbe wie Autorinnen. Da gibt es immer eine Differenz und das ist Absicht. Los geht's im Dezember in Berlin, als Stein anruft. Hallo, hier ist Stein. Ja, ich weiß. Ich hab's gefunden. Was hast du gefunden? Das Haus. Was für ein... Ah, der hat ja immer davon gelabert, irgendwann so ein altes Gutshaus mit See und Aussicht zu kaufen. Und, hast du es gekauft? Ja, du musst es dir unbedingt ansehen. Was machst du gerade? Nix. Ich hol dich in 10 Minuten ab. Ding Dong. Oh, nerv nicht. Und sie fahren mit Steins Taxi los. Ja, okay, so hübsch sieht das Taxi wahrscheinlich nicht aus von innen, aber wir stellen es uns jetzt einfach mal vor. Also, das ist jetzt schon zwei Jahre her, dass wir zweimal zusammen waren. Er war mein Taxifahrer auf dem Weg zu einer Party und das führte zum Kassettenhören und Rumfahren. Und das führte dazu, dass er mit zu mir kam mit seinen drei Plastiktüten und einzog. Drei Wochen lang. Wir haben Massive Attack gehört und sind durch die Stadt gecruised. Aber dann habe ich ihn rausgeschmissen und er ist zu Anna und dann zu Henriette und dann zu Falk weiter. Und mit allen hat er gefügelt. Er war dabei bei unserer Clique, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht, weil er nur Taxifahrer war. War jedenfalls immer sehr locker alles. Also auch der Sex. Festgelegt haben wir uns nie. Festgelegt haben wir uns nie. Und wir sind dann immer rausgefahren aufs Land und sind dort rumgehangen und er hat aber immer fleißig geräumt und gemacht. Stimmt, so war das damals. Aber er war eigentlich nie so abgefuckt wie wir. Wieso hat er jetzt ausgerechnet mich angerufen? Sag mal, wieso ist es hier eigentlich so kalt in dem Auto? Und was hast du für das Haus bezahlt? 80.000. Woher hast du 80.000 Mark? Falsche Frage. Und dann hören sie mal wieder die Kassette, auf der Maria Callas in Dauerschleife Donizetti singt. Du weißt es noch. Und es gibt diese kleine Berührung zwischen ihnen. Ja, solche Details sind in dieser Geschichte wichtig. Er will offensichtlich wieder eine Annäherung zwischen ihnen beiden. Dann kommen sie hinter einer Münde zu einem Flachbau. Und die Ich-Erzählerin so, ist es das? Und eine Frau in Kittelschürze und ein Kind kommen aus dem Haus und er so, Frau Andersson. Und sie so, Wasser gibt's nicht bei Frost, aber Strom vielleicht nächste Woche. Ja, das macht doch nix. Und sie übergibt diesen riesigen Schlüsselbund an die namenlose Ich-Erzählerin. Und er so, die haben in dem Haus gewohnt, aber der Wessi-Besitzer hat sie rausgeschmissen. Ja, die sind doch ekelhaft. Wow, 23 Schlüssel. Schön, dass wir da hinfahren, Stein. Und für einen Augenblick ist sie vom Enthusiasmus von Stein angesteckt. Und er so, los, wir fahren weiter. Hier kommt Karnitz, das ist es. Und da steht es. Sieht aus, als würde es jeden Moment in sich zusammenfallen. Ein zweistöckiges Gutshaus, eine Ruine. Ja, roter Ziegel, Efeu, windschiefe, Veranda. Das müssen sie sich jetzt mal so ein bisschen vorstellen. Und er so, komm rein, das gehört alles mir. Und sie so, komm raus, das stürzt ein. Denn, dass es ihm gehört, ist ja noch lange keine Garantie, dass es irgendwie hält. Aber sie gehen tatsächlich rein. Und er so, hier, guck doch mal, fühl doch mal, schau doch mal. Und schließlich gehen sie hinten wieder raus. Und er sagt, so, hier, Seemärkisch, Kastanien auf dem Hof, Land. Hier könnt ihr Gras anbauen. Ich mach euch einen Salon mit Billardtisch. Und er schwadroniert weiter und ist begeistert. Und es wird deutlich, dass er da ein Haus für diese ganze Clique gesucht hat. Und sie so, Stein, bitte, hör auf. Und er versucht noch mal, sie zu berühren. Aber sie zuckt zurück. Und er so, äh, sorry, ähm, Entschuldigung. Und sie so, ja, schon gut. Die Erzählerin friert. Und zwar wahrscheinlich auch innerlich. Und sagt, sag mal, sag mal was. Kannst du mir das mal erklären? Was soll ich sagen? Das ist eine Möglichkeit. Du hast 80.000 Mark für eine Möglichkeit bezahlt? Und er so, lass uns fahren. Hä, da ist doch dieses Kind aus Angermünde. Danke, dass du mitgekommen bist. Und dann ist es merklich abgekühlt. Und sie fahren zurück nach Berlin. Wochenlang sehen sie sich nur selten. Das Leben geht mit Platten von Paolo Conte, Ecstasy und Casual Sex quer durch die Clique weiter. Und sie gehen sich aus dem Weg. Dann ist ein nächtliches Schlittschuhfahren mit Fackeln auf dem See. Und dabei passiert fast was. Nein, der Toddy ist eingebrochen! Und alle versuchen ihn zu retten. Nur die beiden beteiligen sich nicht daran und sagen, blau. Und sie sagt, kalt. Und dann lachen sie zusammen. Und die anderen so, sag mal, seid ihr bescheuert? Im März verschwindet Stein. Und dann kriegt sie, oh, eine Postkarte aus Carnitz. Und da schreibt er, das Dach ist dicht. Das Kind aus Angermünde hängt hier rum. Es gibt was zu essen, wenn du kommst. Wenn du kommst. Hm, aber er schreibt nicht, komm mit Ausrufungszeichen. Darauf warte ich. Und ständig kommen Postkarten, aber er schreibt nicht, komm mit Ausrufungszeichen. Und dann im Mai, als sie gerade mal mit Falk im Bett liegt, bekommt sie einen Brief. Oh, ein Brief mit einem Zeitungsausschnitt. Gutshaus, das ein Berliner hergerichtet hatte, ist abgebrannt. Was ist denn das? Und sie so, nix. Und die Ich-Erzählerin legt den Zeitungsausschnitt zu den Karten und dem Schlüsselbund und sagt, später. Und so endet diese unaufgeregte kleine Geschichte, die das Lebensgefühl der 90er wiedergibt, als Berlin noch so richtig rough und cool war und sich keiner festlegen wollte. Weder was Beziehungen, noch was einen Lebensort betrifft. Und das Prokrastinieren erfunden wurde. Ihr wisst ja, Prokrast heißt auf Lateinisch für morgen oder auf morgen aufschieben. Ich aber sage euch, lebt nicht morgen, lebt jetzt. Und das, liebe Gemeinde, war Sommerhaus später von Judith Herrmann. Vielen Dank.